Musik 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 Hallo! Der Riesnerhund wieder weg! So, ich kann es einmal rein! Ja, der Hund ist süß, oder? Einfach durch, sonst haut der ab. Einfach durch! Gehen rein! Jetzt ab, Fahrweiter! Musik Ich brauche mich nicht mehr zu spielen. Aber du bist professionell! Du bist professionell! Zwei... Warte mal! Das ist der Sinn der Geschichte! Wie lustig die ist! Das wäre eine dritte Sache! Geil! Hallihallöchen und guten Tag Leute! Was machen wir? Wir sind hier, denn wir fahren auf ein Wochenende nach Munster! Und ich nehme euch mit! Viel Spaß! Wir sind gleich da! Was sagt Miriam dazu? Super! Ganz toll! Da freuen wir uns alle richtig! Hallo! Hallo! Bildschirm! 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 Seid gar nicht am Heidepark! Hallo! Hallo zur Kamera! Ja! Genau! Gehen nach Nadi, ja? Und ein paar Couches hier! Und ein paar Couches hier! Und ein Deich! Das sieht immer aus! Das ist eigentlich ganz toll! Hallo! Hotel! Geil! Das finde ich Hammer! Was los dann? Schick! Schick! Tschüss Aaron! Tschüss Aaron! Schnell! Schnell! Ich hab das Geld! Ja! Zwischen mir und Kai ist die Challenge! Das witzigste! Den witzigsten Einkauf starten! Für drei Euro! Maximal drei Euro! Jetzt geht's los! Boliden sind witzig, aber nicht so witzig! Weil die sind ziemlich normal! Wir müssen immer das alles machen! Jetzt ist es nur unter drei Euro! Wie der? Das kommt im Fall die Engel zur Auswahl! Damit kann man alles machen! Okay, die sind hart! Nicht stellen! Ich bin gleich mit! Ich bin schon fertig! Ich bin schon fertig! Ja, die Dinge haben ein bisschen Zeit! Okay! Ich kann es ja Kamera ja schon mal vorstellen! Besser für? Wir hoffen es jetzt auch! 1,99 Euro! Der Deal ist aber auch! Der andere muss das Ding, das was eingekauft wurde, das ganze Wochenende benutzen! Bei den Gelegenheiten, bei denen es benutzen werden muss! Ja, okay! Okay, dann bin ich fertig! Ich auch! Okay! Drei! Zwei! Eins! Bitte sehr! Ja! Viel Spaß beim Essen! Tiefseeper im Bad! Viel Spaß beim Duschen! Das schmeißt dich in den See! Wenn wir heute Abend nachfahren gehen! Sehr gut! Tiefsee! Aber das werde ich benutzen! Dann mache ich den Bad rein! Kann ich jetzt auch mal die Dusche... Guck, das ist Gabel, Messer und... Das ist voll sinnvoll! Guten Appetit! Ja, ich bin dabei! Danke! Es geht um eine wichtige Copyright-Geschichte, bevor ich später in die Belang werde! Dieses Geschenk! Das stammte eigentlich von Miriam! Das hat mir gesagt! Das ist sehr witzig! Ne, damit hast du verloren! Ich darf von mir! Kai hat es geschafft, eine Videokamera anzustellen mit Mikrofon! Es ist unglaublich! Guckt euch die Pflauze an! Ja, guck mal! Wisst ihr, wie viel der gegessen hat? Er hat sieben Schnitzel und 30 Portionen Pommes! Das war ein Musik Musik Hier sehen wir das Schaumbad, die Schaumbad-Aktion. Warum ist das Wisserschwarz? Was ist das? Musik Vielleicht glaubt ihr es aber nicht an dem Schaumbad, sondern einfach daran, dass es auch ein bisschen dreckig war. Miriam, guten Morgen! Guten Morgen! Was ist hier noch? Ich bin total überwältig, das ist so krass. Krass, das Frühstück ist so, Leute. Habt ihr das jetzt auch mal zu sehen? Was ist das denn? Richtig krasse Absurdigkeit. Also, es ist Tag Nummer zwei vom Wochenende. Wir haben ungefähr zwei Stunden geschlafen. Oder doch eher zweieinhalb, ich weiß es nicht. Und ja, jetzt wird erstmal gespustet. Hey, hey! Lass dich mal, lass dich mal abgeschossen. Danke! Hi, Dennis! Hallo! Wo sind wir hier? Wir sind am Pflückenhofsee. Munster. Ja, Munster. Guck mal, wie krass sonnig es einfach ist. Das ist das schönste Wetter. Der Sand ist trocken. Das Wasser ist nass. Aaron und Kai veranstalten hier Schlag den Rat. Ich werde aufhören, aufhören. Ich kann nachdenken,� man überschauen. Ihr bleibt das Leben. Die Entscheidung... Ich würde mich einfach mal aus CAM. Da ist das Sommer... Ich denke, wir sollten aufhören. Die Girls haben hier mit vollem Elan Samtburgen gebaut. Die Girls haben hier mit einem neuen Kulturel gegründet. Wir gehen in die zweite Runde. Den werde ich sowas schon tragen. Den ziehst du auch nicht. Das ist ein anständiger Schlitzmann. Ich habe dir auch ein Pinn, den du wahrscheinlich auch häufiger zeigen kannst. Damit kannst du in der Küche stehen, nach so richtig so. Den wünschen dir echt. Da habe ich ein ganzes Mal für Frauen aufreißen. Ich habe hier für dich, auch für unsere Küche, auch für einen Esskimmer benutzt. Du trinkst jetzt das ganze Wochenende nur noch daraus. Du musst ja die auf euer Umfeld. Sei froh, ich hätte da noch einen Grillrein im Set gesiegt. Oh, was? Und jede Mixer, Alter. Okay, das ist krass. Das ist krass. Das ist mega krass. Das ist ein Frauen-Schnipper. Und der ist eng. Und ich habe eine kleine Größe. Das ist kein Frauen-Schnipper, das ist ein Oma-Schnipper. Das ist ein Oma-Schnipper. Aber das ist ein hartes Tier. Wenn man damit in der Küche steht, ziehe ich nachher an. Ich trink auch daraus, so fände ich cool. Danke. Finde ich auch gut. Schatz. Komm, Prost. So ist es denn aus. 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 Zum Beispiel, ich wusste die Leute, den Kattregner und die Batteriefrachter öffnen. Ach, komm zur Ehre, du da tot, Alter. Aber einmal, ich gebe mich mal kurz um. Sehr eng. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Huuu, du machen die Klappe jetzt. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen. Wir haben unsere eigene Runde. Explodiert die Zeit hat die Zeit. Hallo. Hallo. Wir essen gerade Frühstück. Das ist der Cuts and Brunch. Was ist los? Aber am Tag ist Abschied und das macht das Ganze etwas traurig. Das ist sehr traurig. Ist es weiter? Noch mal, noch mal. Ich war nur da. Hallo. Hi. Na? Wir sind... Auf dem Weg. Na? Padova? Zu. Also ich nicht. Ja. Das war ein... Ganz cooles Wochenende. Okay. Bis... Ich hab nicht zugehört. Morgen. Tschüss. Tschau. Danke. Nice. Danke, Brüchte. Tschau. Okay. Oh, nice. Okay. Das war krass. Sehr geil. Sehr geil. Boah, so was. Ja, ja. Okay, nochmal. Haha, elegant. Das war's. Okay, warte, warte. Jetzt ist es kichelt. Warte. Da geht noch was. Warte, aber der Balken bricht nicht durch. Wir können auch jetzt. Das hat nicht nur geklappt. Ach, bitte rechts. Warte, bitte. Wuh. Haha, ja. Wunder, Wetter. Ah, ja. Immer mehr Leute hier. Okay, war viel zu langsam. Ist das denn schon mit zwei Stunden gesungen? Schnell gespielt und ausge... Oh, ich kann nicht mehr. Das war zu witzig. Man sollte öfter auf einen Spielplatz gehen. Das ist... Hammer. Hi. Hi. Wie geht es Dennis? Gut, denke ich mal. Mir geht es super. Mir geht es super. Mir geht es super. Aua. Hallo. Hi, ich bin der Kai und ich war auch mit dabei. Hund oder Maus? Hund. So Leute, es ist Tag Nummer drei. Also das heißt, es ist Sonntag und wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben die Sachen schon gepackt, waren heute schon im Proberaum und haben die ganzen Sachen mitgenommen und eingesammelt. Und jetzt geht es wieder nach Hause. Es war wunderschön. Wir hatten sehr viel Spaß. Manche auch nicht. Aber... Das ist... Das ist ja kein Problem. Es waren krasse Ferien. Emotionen. Bist du ja traurig, dass wir jetzt weg sind? Ich bin so traurig, dass wir jetzt weg sind. Keiner mehr. Wir haben hier eine kleine Arbeit. Sparen. Aber... Wir machen eine KZ. Du musst mit der Stimmung atmen, was ihr aussehen wollt. Wir hatten eine Eisdrehen. Hahahaha. Huuuuhhhhhh. Huuuuhhhhhh. Was? Was? Hörst du nicht an? 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 Lottie kommt nach Hause. Damit das irgendwann auch mal sehen kann. Ich weiß nicht, was ich mir auch nochmals geklärt habe. Ich bin erst mal 30 Jahre alt. Voll intellektuell sieht das aus. Jetzt noch mal die klassischen Musik. Ich lese mal gleich was vor. Die ist viel zu klein. Wie kann ich jetzt die Nasen setzen? Du musst so außen leiern. Ja. Wo hast du das? Vielen Dank.